Hallo und herzlich willkommen zurück bei Octopus Traveller. Ich bin Mahadevi und ich bin in Pflasterston für die, ich glaube, dritte Nebenaufgabe. Und zwar müsst ihr dafür mit Ihmchen hier reden, mal melancholischer Jugendlicher. Ja, um diese Geschichte zu erfüllen, müsst ihr nach Edelhof. Das ist hier oben. So, könnt ihr euch jetzt hinwarten oder so wie ich zu Fuß gehen. Ich gehe zu Fuß ganz einfach aus dem Grund, bringt zwar jetzt nicht so viel Erfahrungspunkte, aber es bringt Erfahrungspunkte. Die will ich haben. Die brauche ich und das Geld auch. Ja, wir sehen uns dann gleich in Edelhof. Bis gleich. So, ich bin in Edelhof. Und hier ist der Antiquariat, Antiquar. Ja, 55 Prozent. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ja, es hat gleich beim ersten Mal geklappt. Super, dann geht es jetzt den ganzen Weg zurück nach Pflasterston. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, es lohnt sich nicht wirklich. Das sind nicht gerade großartige Geldbeträge und Erfahrungspunkte, die man hier auf der Strecke bekommt. Machen wir es mal so. Aber es hat geholfen, wieder reinzukommen. Ich habe nämlich echt schon seit ziemlich langer Zeit nicht mehr gespielt. Na dann, tschüss, wa? Such nach deiner Freundin. Wuhu, 9000 Geld. Das hat sich aber gelohnt. Okay, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Teil von Octopass Traveller. Ich bin Mahadevi. Und ich mache jetzt die nächsten Nebenaufgaben. Oh, hier sind noch eine. Hatte ich die nicht schon? Hm. Na gut, wir sehen uns. Bye, bye. Ach ja, nicht vergessen, Daumen nach oben und Abo. Tschüss. Tschüss.